Willkommen zurück bei Tomb Raider Die Legend. Ich habe gerade mal ein neues Spiel erfunden. Tomb Raider Die Legend. Oh nö. Die Satelliten und Computer perfektionieren nur die Kunst, Selbstgespräche zu führen. Oh mein Gott, das war knapp. Ich finde das immer geil, wie Agil einfach ein Hero ist. Einmal umdrehen bitte. Dankeschön. Hui. Hui. Also wenn die 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 ganze Zeit nicht antworten, würde ich mir eher die Frage stellen, ob nicht irgendwas passiert ist. Oh. Es sollte nicht hier sein. Oh. Liebste Amelia. In Liebe. Richard. Es gehörte Mutter. Zip, kennst du mich hören? Wo steckst du denn? Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nur Schwarz. Und vielleicht ein paar Zacken. Oh mein Gott. Oh. Das ist toll, aber du hast keinen Heal-Kill für mich da gelassen. Hages? Da. Ich meine davon aus, dass er... Okay. Das ist toll. Ich hätte keinen Heal und keinen... Voll. Der Typ da hinten hat hier, oder was? Da kommt einer noch? Wo ist er denn? Hä? Bin ich dumm, oder was? Und wo schießt der Hornochse? Bin wahrscheinlich blind, oder sowas? Oh, scheiße. Upsala. Hm. Natürlich muss ich da wieder anfangen. Ich kann nicht mehr. Okay, jetzt wird's irgendwie zur Gewohnheit. Bei wie vielen Todesdinger sind wir jetzt? Bei 8 oder bei 9? Oh Gott. Bei ein paar, oder? Ui, ui. Ui, jup. Ich bin... Ich bin so sehr. Was ist das so? Ja, für ernst? Ich bin so sehr. 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 Das ist ein dummer Fail. Wir merken da nicht ins Wasser fallen. Du musst nicht ins Wasser fallen, ehrlich. So, dann müssen wir mal eben ihre Sachen bequacken. Ich muss mal gucken, ob ich da an die Dinge rankomme, ist sie mich schon wieder tot, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, ich krieg die Krise. Nicht da unten, warte, oder warum kann ich da hin? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich sehe da keinen stehen, der schießt. Oh, herrlich. Alter. Oh mein Gott. Das ist wieder so eine Passage, die ich überhaupt nicht mag. Wie schrecklich. Was war das? Ah, schön. Hallo. Nicht so eine Ausdrücke. Dann ist Lara eine waschechte Lady. Dann ist Lara eine waschechte Lady. Ja, der Sterbe ist wirklich weg. Ey, das gibt's nicht. Normalerweise ist hier der Punkt total easy. Weißt du, normalerweise kannst du da nicht so viel falsch machen, aber Lara denkt sich heute nur, heute ist Sterbetag. Wo importaieren die upgrade doch Ammar Geldest ausgeht nur das zu dir. Wo geht ihr denn? Mit Kum als kur contractor sch fascinated stresses. Die русische Barstange ausgleichbar sind wir die Useigteisc Stützhweizer? Ja, kein Dienstle und nochGA Streitake sind einige Krise mit Stütter. Ich councilanoenehm Um führ cone, was sie zuisée. Die Cesate Bank er?, hat sie jumpscalt. Ja und sagt man sich so ganz ab, warum macht es nicht so dazu, als die Marsen ausgetomen hat. Und wo es macht diesen Bildung ist, verg� Grey zu verfolgen? Das könnte wieここ wie ein guDa habt ihr was sie ein absolufth Winter. Ja. Warum? Das ist doch nicht euer Ernst. Nein. 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 Mein Gott, ey, endlich! Ich hab schon gelacht. Ich hab schon gelacht. Ich hab schon gelacht. Oh, jetzt muss ich ihn wahrscheinlich... Perfekt. Sie werden lachen, aber ich weiß nicht, wovon Sie reden. Aber nicht doch. Er setzt das Schwert wieder zusammen. Er ist etwa faustgroß. Und Amanda hat rausgefunden, dass er hier ist. Was wissen Sie über Amanda? Wo ist sie? Ihr... Ihr Vater hat doch hier gegraben, nicht wahr? Naja, Amanda dachte, er könnte den Schlüssel gefunden haben. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Erzählen Sie mir von diesem Schwertfragment, mit dem Sie ständig rumfuchteln. Also, ich befasse mich schon länger damit. Und ich habe einiges gelernt. Ich zeig's Ihnen. Gut. Machen wir's auf Ihre Preise. Hand Sie zur Hölle, Lara! Das würden Sie auch gern können, was? Das würden Sie auch gern können, was? Schon mal aufgefallen, dass... Das würden Sie auch gern können, was? Schon mal aufgefallen, dass... Das würden Sie auch gern können, was? Halt doch die Klappe! Passen Sie jetzt gut auf. Schon mal aufgefallen, dass das die Stimme von, äh... das würden sie auch gern können machen wir es auf ihre preis machen wir es auf ihre preis das ist die stimme von leudemort ist machen wir es auf ihre preis machen wir es auf ihre preis das ist die stimme von leudemort gut auf passen sie jetzt gut auf machen wir es auf ihre preis das können sie vergessen sie beschleunigen die sache machen wir es auf ihre preis machen wir es auf ihre preis das würden sie auch gern können was passen sie jetzt gut auf hey was machen sie denn ich dachte auch ihr spielzeug ziemlich praktisch trotzdem hätten sie gerne meines stimmt das würden sie auch gern können was das würden sie auch gern können was das würden sie auch gern können was passen sie jetzt gut auf machen wir es auf ihre preis 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 das würden sie auch gern können was das würden sie auch gern können was das würden sie auch gern können was ihre preis um ein magischer artefakte sind toll die zur hölle lara passen sie jetzt gut machen wir es auf ihre preise das würden sie jetztuguet auf das würden sie auch gern können was machen wir es auf ihre preise machen wir es auf ihre preise an schoenen lella das würden sie auch gern können was machen wir es auf ihre preise an die zur hölle lara wir essen sie jetzt gut auf LinkedIn machen wir es auf ihre preise was machen sie denn ich dachte archäologen werden viel vorsichtiger das würden sie auch gern können was das würden sie auch gern können was machen wir es auf ihre preis das würden sie auch gern können was passen sie jetzt das würden sie auch gern können was was soll das sein lassen sie jetzt gut hat sich auf ihre preis machen wir es auf ihre preis passen sie jetzt gut das würden sie auch gern können was passen sie jetzt gut machen wir es auf ihre preis das wollen sie eigentlich immer wachsen gehen das würden sie auch gern können was haben wir es auf ihre preis machen wir es auf ihre preis warum drücke ich eigentlich die ganze zeit eh ich bin machen wir es auf ihre preis passen sie jetzt gut passen sie jetzt gut auch das würden sie auch gern können was machen wir es auf ihre preis 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 er hat eine kaputte zeitplatte machen wir es auf ihre preis das würden sie auch gern was machen wir es auf ihre preis machen wir es auf ihre preis passen sie jetzt gut auf hey was machen sie denn ich dachte achi das können sie vergessen sie beschleunigen die sachen auch ihr spielzeug ziemlich praktisch trotzdem hätten sie gerne meines stimmt's machen wir es auf ihre preis machen sie jetzt gut auf das würden sie ausgeben könnte was das würden sie auch gern können was passen sie jetzt gut auf haben wir zur hoge liberaz das würden sie auch gernrints passen sie jetzt gut auf Das würden sie auch gern können, was? Das würden sie auch gern können, was? Ah, er hat sich selber... Nee, ich auch noch. Kommen Sie zur Hölle, Lara! Passen Sie jetzt gut auf. Komm schon! Machen wir es auf Ihre Preise. Kommen Sie zur Hölle, Lara! Das würden sie auch gern können, was? Kommen Sie zur Hölle, Lara! Das würden sie... Mein Gott. Ich bin nicht ihr Feind, Ratlet. Die Teile wurden nicht zerbrochen. Sie sollen sich teilen und wieder zusammenfügen. Macht es der Galali-Schlüssel? Verraten Sie mir vielleicht, wem es gehörte? Den Kreuzrittern? König Arthus? Geschichte. Interessiert mich nicht. Dann bleiben Sie doch hier und denken über die Zukunft nach. Aber eine Zukunft ohne mich. Laufen Sie mir lieber nicht nochmal über den Weg. Vielleicht hat Ihr Vater den Galali-Schlüssel nicht gefunden. Aber das weiß Amanda nicht. Sie ist gerade in Ihrem Haus. Hoffentlich sind Sie gut versichert. Lara? Na endlich! Ich versuche schon ewig, euch zu erreichen. Was ist passiert? Diese Frau, sie kam einfach durch die Tür. Sie hatte eine Art... Keine Ahnung, was zum Teufel das war. Wie, schwarzer Rauch? Ich komme sofort zu euch. Nein, wir sind okay. Hör zu, was Sie erfolgen. Sie sucht ein weiteres Teil des Schwerts. Was? Wo? In Kasachstan. Ich bin auf ein Foto gestoßen, das sich mit deinen Fundstücken deckt. Okay. Erstell eine Inventarliste und such ein Ding namens Galali-Schlüssel. Ich hoffe einst, war in einem Ausflug nach Kasachstan. Sehe, was war es an? Ich mag die Kälte. Und das war wieder mit der Folge. Bis zur nächsten. Tschüss. Tschüss. Tschüss.